Herzliche Einladung zum nächsten Live-Webinar zum Thema Wahrhaftig-Mannsein hier auf Litlaunch-TV am 5. September von 19 bis 20 Uhr. Worum geht es da? Na, um die Kernfrage, wie wird man ein wirklich glücklicher, von Freude erfüllter, erfolgreicher Mann? Und zwar beruflich wie privat. Da haben sich viele Männer verlaufen, sind in Sackgassen stecken geblieben, in der Schöpfung und Burnout und vielen anderen, haben Probleme mit ihrer Partnerin, weil sie sich zu einseitig entwickelt haben in ihrem Beruf und nicht mehr da sind, vor allen Dingen ihr Herz noch immer verschlossen haben für das Fühlen ihrer Gefühle. Und Freude kommt nicht hierher, sondern aus diesem Herzen. Also in diesem Live-Seminar kannst du erfahren einiges darüber, wie du dein Herz öffnest und zur wahren Männerfreude im Beruf und im Privaten gelangst. Eingeladen am 5. September, 19 bis 20 Uhr, live auf Litlaunch-TV.